Übungen mit Präposition und Präfix Akkusativ, Dativ, Genitiv Setzen Sie ein. Ich denke an dich. Ich gehe über das Problem nach. Sie gedenken der Toten. Sie hat sich die Lüge ausgedacht. Er freut sich über das Schnitzel. Er freut sich auf morgen. Er erfreut sich an einem Bild im Museum. Er verdankt seine Rettung seinem Handy. Er ist dankbar für den Rat. Er hat sich bei ihr bedankt. Er dankt ihr für den Rat. Er unterliegt der Schweigepflicht. Er liegt unter dem Tisch. Er legt sich unter den Tisch. Er hat sich hingelegt. Er fügt den Satz hinzu. Er fügt das Wort ein. Er überlässt das Buch dem Freund. Er gibt es dem Freund persönlich. Er schenkt es dem Freund zum Geburtstag. Er schickt es dem Freund per Post. Die Polizei überführt ihn des Diebstahls. Diese Diskussion führte zu nichts. Er führt sie über die Brücke. Er führt sie über die Brücke. Er hat das Geld der Kasse entnommen. Er nimmt das Geld aus der Kasse. Er verdächtigt ihn des Mordes. Er steht unter Mordverdacht. Er wendet sich an sie. Er wendet sich ihr zu. Er wendet sich von ihr ab. Er wendet den Pfannkuchen. Er wendet den Pfannkuchen. Er wendet den Pfannkuchen. Er Electricien beim Beispiel. Er wendet dem Pfannkuchen. Er wendet sich nicht mehr tiempo. Er ist mit dir der Kasse. Er weiß das Geld im æ αυτet. Er wendet den Pfannkuchen. Er hat in Söger in Söger. Er forearm aus Oslo. Er drew sich weiter zurückherracher. Ich habe immer eingebredietございます. Er regiert eine ziemhause. Er ist dann der Pfannkuchen. Er hat sich limp ge inst joue. Er istян Sieеп Holgerinn. Dr.P 330. Untertitelung des ZDF, 2020